Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es noch eine kleinere Runde. Das wird unsere Aussicht. Ja, nette Aussicht. Die Alina hat es eh schon mal angesprochen. Kleine Runde, aber große Aussicht. Ganz das Wichtigste ist da vorne in Friau, Chiosafate. Unbedingt zugehört beim alten Bahnhof. Das ist einfach am besten Café. Und da haben wir Dresd. Und ja, brachbar noch einmal von den Bergen. Wir haben einen dezenten Uphil. Also gefühlt, wenn die sein 15, 20 Prozent, 15. Ja, die Gabel ist schon abgespannt. Die Gabel ist ganz abgespannt. Und wie ihr wisst, der ganze Karnische Raum oder der Dolmetscher, der hat immer irgendeine Sperrriegel von Valo Alpino. Da sind wir in der zweiten Linie jetzt. Und das könnt ihr an der Karte schauen. Wenn sie so ein Bedieneröffel sind, dann sind das meistens Militärstraßen. In 6 oder 10 der Zeit noch ein bisschen drüber. Und was halt bei denen ist, sie sind relativ steil. Weil im zweiten Wecker hat man schon mehr Biss gehabt von den Fahrzeugen. Es geht wirklich knackig auf. Aber man erreicht wieder die Bissenansichtspunkte. Also darauf ist Verlass. Ich habe keine abgesenkte Gabel. Ich muss in der Rennposition fahren. Dann läuft das besser, ne? Oh Gott. Hilfe. Unten hat er das noch verarscht. Jetzt hängt da echt so ein Rad drauf. Und ich komme ihm kaum mehr nach. Schöner Scheiß. Ist ja wie du geessen. Ja, ja. Einer in die Kommentare, dass es doch eh alles ganz flach war. Ja. Wehe. Ja. Den schickt man persönlich hier hoch. Aber mit dem Singlespeed. Juhu. Wir sind oben. Die sind auch schon ein bisschen länger oben anscheinend. Ja, ich habe jetzt Kaffee getrunken, oder? Ja, klar. Und Morgentoilette. Okay. Aber lässt sich sehen hier. Obwohl das jetzt nicht die Welt an Auffahrt war. Das ist echt schon wieder sehr, sehr cool hier oben. Und schon die Planung steht auf für das nächste Mal. Weil wir gerade kratzt haben mit den Einheimischen. Da haben wir gerade über den Berg geredet. Und was ich so nicht gehört habe. Aber ich schaue gerade in der Karte noch. Das Problem ist einfach der Verfallungsgrad teilweise. Also man sollte das nicht unterschätzen, so Querungen. Wenn die dann drei, vier Kilometer haben, die gehen dann in der Tageslänge. Aber die meinen es echt viel gut. Die Einheimischen, die sagen, da geht was und da geht was. Aber die haben oft eine andere Parameter. Ich kenn ein paar Leute aus der Gegend. Da weiß ich einen, der hat eine Tragetour gemacht. Der hat bei uns 18 Stunden dauert. Der hat die drei Mal die Woche gemacht und das noch gefeiert. Also immer ein bisschen Benchmark aufpassen. Ja, bei uns zu Hause, wenn uns jemand so etwas empfehlen würde, dann wüssten wir, dass er es nicht gut gemeint hat. Ja, aber da meinen, also die sind so begeistert von der Natur. Und die denken einfach nichts. Wenn man einmal drei, vier, fünf Stunden tragen muss, ist das für die ganz normal. Und das muss man halt auch im Hinterkopf haben. Und jetzt habe ich mir das noch angeschaut. Aber dann dachte ich, nein. Weißt du, wie viele Höhenmeter wir gerade gemacht haben? Ich habe es mit einem 500, 600, wenn es sein. Ja, genau. Du fühlst mir so ehrlich. Bist du mit der Augen nach? Ja! Da macht dich doch mit. � So hot! Woohoo! Danke. Oh, no. 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 Oh, no.